Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Avatarinnen und Avatarinnen, dies ist ein kleiner Testlauf für meine Neujahrsansprache. Ich habe hier schon versucht, erste Wünsche aus dem Publikum umzusetzen. Es hieß, ich möge bitte eine Kerze auf meinen Zylinder platzieren und ich konnte glücklicherweise runterhandeln auf eine Lichterkette, weil sonst mit dem Wachs und offenes Feuer und so. Ihr versteht schon, im Hintergrund läuft übrigens dieser andere Bildschirm da, Fernsehen, ne. Und ein Nachrichtensender natürlich. Ich lasse dazu meinen Euronews mitlaufen. Das ist nicht Welt, also Springerpresse, Springermedien und das ist auch nicht NTV. Da kommt ja meistens nur Tele-Börse und Tele-Börse und danach dann Tele-Börse und manchmal auch Nachrichten. Aber Euronews bin ich eigentlich nicht unzufrieden und ich dachte, ich lasse es jetzt mal mitlaufen. Ist gleich ein ganz guter Stress-Test für meine Stimme, für das Mikro meines Headsets. Und die Neujahrsrede ist im Prinzip fertig, hier habe ich, hier habe ich, das ist wieder zum Grell, ne. Aber Moment, so geht es, ne. Das ist das Konzept, das Konzept und jetzt hat man sie ja eigentlich schon sehen und ich werde es aber trotzdem, ähm, trotzdem noch, äh, aufnehmen oder das zumindest versuchen. Und, äh, ich denke, äh, mit dem Licht, ähm, das, ne, oder? Ähm, ja, das soll es dann erstmal gewesen sein. Schauen wir mal, ich bin auch noch knapp unter der durchschnittlichen Aufnahmekapazität. Aufnahmekapazität von Youtubern.